Was ist die absolute Termineinhaltung, absolute gute Behandlung, die man hat und überhaupt das ganze System Dental Prime ist in sich stimmig und das sind die drei Punkte, die mir sagen, okay, das ist super, das passt alles. In Deutschland bin ich eine Nummer und hier bin ich der Herr Langula. Das ist alles, mehr braucht man zu diesem Thema, glaube ich, nicht zu sagen. Wenn ich Probleme habe mit Zähnen, ist für mich nur noch Dental Prime, ich habe niemand anderen.